Zoom hat mit der erweiterten Chat-Erfahrung ein richtig cooles neues Feature zur Verfügung gestellt. Was es kann, was es damit auf sich hat, zeige ich Ihnen in diesem Video. Mein Name ist Tobias Albers-Heinemann und ich wünsche euch viel Spaß. Wie so oft gibt es einfach neue Funktionen, keine großartigen Ankündigungen. Und ja, ein bisschen nachteilig ist auch, die Funktionen müssen erst einmal im Backend überhaupt aktiviert werden. Deswegen kann es sein, dass viele von euch noch gar nicht mitbekommen haben, dass es eine neue Chat-Erfahrung, ein neues Chat-Feature in Zoom auch gibt. Ich schalte mal in meinem Browser, weil hier muss ich dieses Feature aktivieren. Unter zoom.us locke ich mich ein, gehe in die Einstellungen, wähle dann im Meeting Grundlagen, scroll noch ein wenig und kann dann hier die neue Meeting-Chat-Erfahrung aktivieren. Und direkt hier unten drunter sehen wir schon eine erste große Entwicklung. Teilnehmern erlauben, Nachrichten im Meeting-Chat zu löschen. Als Host kann ich auch die Nachrichten löschen, aber dass man jetzt als Teilnehmer die eigenen Nachrichten löschen kann, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Entwicklung. Weil wie oft hat man sich vielleicht schon einen privaten Chat in der Zoom-Konferenz geführt, dann aus Versehen die Nachricht an jemand anderen oder öffentlich an alle geschickt und hätte sich dann einfach gewünscht, dass es dieses Feature gegeben hätte. Also ist wahrscheinlich schon viel von uns passiert. Direkt unten drunter die Screenshot-Funktion im Meeting, die werden wir uns auch nochmal angucken. Das ist nämlich auch ein ganz, ganz tolles Feature. Sobald das aktiviert wurde, stehen diese Funktionen dann auch in der nächsten Zoom-Konferenz zur Verfügung. Und ich habe jetzt hier auch schon mal eine gestartet, einmal mit mir als Avatar und oben drüber zweiter Nutzer Demo1. Und ich sehe im Chat, ja, Demo1 hat schon in den Chat geschrieben und wünscht mir einen guten Morgen. Jetzt kann ich hier mit der Maus auf diese drei Punkte gehen, habe jetzt die Funktion Kopieren, Zitieren und Löschen. Zitieren ist nämlich auch eine neue, sehr, sehr tolle Funktion. Ich kann jetzt nämlich inhaltliche Bezüge von Konversationen auch herstellen. So, das heißt, ich kann jetzt nämlich auch direkt antworten. Und wie wir das aus den Messaging-Programmen kennen, sehen wir dann nämlich auch die zitierten Texte und die Antworten gebündelt beisammen. Was es einfach auch hilft, die Texte einfach auch zu bündeln und ein bisschen Ordnung in das große Chaos der linearen Textnachrichten auch mit reinzubringen. Eine super Funktion. Ansonsten sehen wir, hier unten hat sich ein bisschen was getan. Es gibt hier nämlich neue Möglichkeiten. Es gibt hier einmal Format. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, Chatnachrichten auch zu formatieren. Wenn ich zum Beispiel Anweisungen, Anleitungen, Aufgaben mit reinschreiben möchte, dann habe ich hier verschiedene Optionen. Natürlich Fett, Kursiv. Ich habe auch verschiedene Größen, die mir zur Verfügung stellen. Und dann, was weiß ich, Nummer 1, habe ich einfach die Möglichkeit, diese auch visuell ein bisschen ansprechender zu gestalten. Und somit auch die Aufmerksamkeit auf verschiedene Passagen im Text dann auch zu lenken. Direkt nebendran gibt es die Screenshot-Funktion. Und hier habe ich die Möglichkeit, von den verschiedenen Fenstern meines Systems direkt ein Screenshot in den Chat mit reinzuschicken. Das heißt, ich klicke jetzt mal drauf. Es wird alles erstmal ein bisschen dunkler. Und ich habe jetzt hier die offten Fenster, die ich auswählen kann. Und ich wähle jetzt mal meinen kompletten Desktop aus, klicke auf Erfassen. Und schon seht ihr, ist das Bild von meinem kompletten Desktop direkt im Chat mit drin und wird in den Chat mit reingeschickt. Und das ist eine weitere tolle Entwicklung, dass die Bilder nämlich auch direkt angezeigt werden. Und nicht wie sonst, ich sage mal, mit so einem kleinen Platzhalter und dem Dateinamen dargestellt werden. Weil ich jetzt nämlich auch ganz andere Möglichkeit habe, visuelle Inhalte in den Chat auszustellen. Weil zum Beispiel in den Kleingruppenräumen, das, was ich ja jetzt in den Chat stelle, ist ja später in den Breakout-Sessions für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch sichtbar. Ich habe mal in einem Video gezeigt, wie ich gerne mit QR-Codes zum Beispiel in digitalen Veranstaltungen arbeite, wo ich dann Live-Feedback mit einbinde, um einfach auch das Smartphone als zweites Gerät mitzunutzen. Das verlinke ich hier auch sehr, sehr gerne, das Video. Und vorher habe ich den QR-Code einfach über die Bildschirmfreigabe oder den Link in den Text oder in den Chat mit reingeschrieben. Jetzt kann ich mir, ich habe jetzt hier in meinem Download-Ordner einen Mentimeter-Code mir heruntergeladen, diesen einfach in den Chat mit reinschreiben. Und die Leute können dann auch direkt mit dem Smartphone abfotografieren im Chat, ohne dass sie irgendwie noch was wechseln müssen. Alternative Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass ich hier drunter ein Whiteboard verlinke, wo Aufgabenstellungen für die Breakout-Sessions sind. Und dann, wenn jetzt alle in die Breakout-Sessions gehen, genau dieser QR-Code dann ja auch für alle sichtbar ist. Habe ich jetzt eine große Veranstaltung, jetzt wird es aber didaktisch, meine Güte. Habe ich eine große Veranstaltung, ja, wo dann viele Leute in den Chat schreiben, besteht natürlich das Risiko, dass, ich sage mal, jetzt viele Beiträge kommen, viele Beiträge kommen und mein QR-Code verschwindet. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sehen oder sicherstellen möchte, dass der QR-Code in der Chat-Ebene für alle sichtbar ist, habe ich immer noch die Möglichkeit, hier unter den drei Punkten den Chat einfach für alle zu verbieten. Dann klicke ich hier auf Keiner. Dann können erst mal die Teilnehmer und Teilnehmer sich nur das anschauen, was ich reinschreibe. Und dann, nachdem ich alles reingegeben habe, kann ich den Chat wieder aktivieren. Ich finde, das sind super Neuerungen, die einfach, ja, das Ganze nochmal ein bisschen interessanter, spannender, interaktiver machen und auch neue Möglichkeiten in der Formatsgestaltung einfach bieten. Von daher mal die Frage, was für Einsatzszenarien kannst du dir vorstellen? Kanntest du die Funktion schon? Hast du sie schon genutzt? Oder jetzt, wo du sie kennst, wie wirst du sie nutzen? Lass uns darüber mal diskutieren. Ich lerne auch immer sehr gerne dazu. Ich freue mich auf dein Feedback und ansonsten erstmal alles Gute und bis bald. Tschüss.